Ich hoffe das draußen stört nicht so. Ich bin jetzt hier am Meer und ich muss mal eine Feuerschallenge machen. Also geben Sie mal Mühe und machen. Ich habe hier noch ein bisschen Holz gefunden. Ich weiß nicht, wenn die Marne noch weiter weg geht, versteht mich kein Mensch mehr. Ich habe aber sicherheitshalber ein Stück Pinie mitgenommen. Also probieren wir es jetzt. Ich mache jetzt hier unten noch ein bisschen und dann gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Also lasst uns anfangen. Im Hintergrund ist der Kastor, der will auch schön Spaß haben. So, dann machen wir hier ein paar Steine raus. Und da schauen wir mal. Also, Feuerstein habe ich auch dabei, glaube ich zumindest. Ich glaube, du müsstest die vielen Video aneinandergereiht. Da zeige ich dir Scheiße, Scheiße. Ein Mist. So, okay. Fangen wir hier mit dem ersten an. Ich zuck das einfach mal ein bisschen. Dadurch, dass es am Meer ist, ist es natürlich auch ein bisschen feucht. Aber Holz der Wahl. Ich habe mit dem Holz noch kein Feuer gemacht. Das ist ein Klimanebe. Schauen wir mal, ob es geht. Ja, das müsste ja eigentlich reisen. Die ist auseinandergezuckt. Mal gucken, ob das funktioniert. Das müsste eigentlich gehen. Ups. Das wird schwierig, wenn wir hier rüber. Ja, lang kam er. Er will nicht. Ja, das will nicht so brennen. Das weiß ich nicht. Eugen, das wird nichts. Das wird nichts. Machen wir es auch mal. Tief da machen. Also es klimmt. Kommt, Kasser bleibt hier. Ah, kommt doch was. Ja, wir müssen mal hier bisschen höher machen. Ich brauche einen Windschutz. Ah, bisschen Windschutz her. Komm mal her. Ansonsten mache ich noch ein bisschen Kienholz dazu und dann müsste das eigentlich funktionieren. So, bisschen höher gebaut. Ne, 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 das ist mein Hund. Die Kassler wollen sich gerade sonst krallen. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Ein paar Stehne von der Pinie. So. Achtung, oder? Das kann man da sehen. So, ich habe das lachen können. Dann werden wir es auch mal. Bevor es mal gibt. Dann kommt ja die Hinkriegel. Das ist ja so ein bisschen. auch noch mal und so alles auf anfang und los ja brennt doch komm jetzt aber das gibt es doch nicht dann palmen holster palmöl nehmen sollen oder was die hat denn der robinson grusel das gemacht der hat eine hand gehabt stefan hat leicht reingepustet bald geklimmt hat jetzt brennt komm jetzt also richtig tut man das schon aber das kann doch nicht sein das muss angehen das knistert brennt aber nicht. So, was haben wir hier? Nehmen wir was anderes, probieren wir das hier, auch das brennt hier, der Murks. Weiß ich gar nicht, was das ist, das kann auch palmen. Das ist aber feucht. Ich glaube eher, dass das Wassergras ist. Ne, das ist feucht. Das nächste, noch mal ein bisschen was ab hier. Schauen wir es auch. Das muss doch brennen jetzt. Eugen, Eugen, hast du da was gemacht, du? Alles mal anders da. Ach so, komm her. Was ist denn das für ein scheiß Feuerstahl hier? Was ist das denn? Guck, wo ist das Licht hier? Geht doch eben mit der Pinio. Jetzt wirst du da nicht. Eben ging es doch hier, jetzt geht es nicht mehr. Also, ich höre jetzt gleich auf mit dem Auto. Scheiß. Lass das doch nicht wahr sein. Kein Feuer angreifen. Gibt es denn sowas? Schon lange habe ich für noch kein Feuer gebaut in meinem Leben, du. So, jetzt wird das Feuer. So, jetzt wird das Feuer. Das will es nicht. Zerreckt doch. Feuer. Das glüht. Das glimmt. So kommt es. Selbst der Hund, der lacht sich schon tot. Jetzt verbrennt man sich noch die Finger. Okay, alles drückt, alles neu. Das kann nicht sein. Das muss brennen, das Zeug. Mein Gott muss doch noch mal sein. Nachmittag. Jetzt kommt es. Das ist so, was ich jetzt nicht. Das ist so, was ich nicht. Ich hatte das ganze Zeit. Das hat nicht so, was ich nicht. Der Hund es richtig ist. Das ist so, was ich nicht. So, das müsste aber da jetzt reichen, oder? Alles hier drauf, so, runter, der Gaster guckt auch schon, da könnte sich kaputt lachen, da guckt der Hund schon und sagt er, Vater was soll's werden, da brennt's, ja, nein, aus, brennt, jawohl, minimal, aber es brennt, hermit, gibt's Lammen. Also, endlich hat's gebrannt, lange hat's gedauert, aber jetzt brennt der Kram wirklich. Genas, also, Genas, die Feuer-Challenge ist gelungen, auch wenn ich heiße Dinge hab und mein Bettstahl, obwohl das dieser Brand des Reden ist, ist noch nicht sehr gut, aber seht ihr, es brennt. Okay, kann man mir noch mal Feuer angucken? Wäre super. Also, ist erledigt. Ja, ich hoffe, dass wir gewonnen haben, also, was heißt gewonnen hat, dass man bestanden hat, ne? Ja, natürlich haben wir bestanden, also sonst, es geht darum mit einem Stück Holz, aber dass die, guck mal, die Pinie brennt und die, dieser andere hier, die, guck mal, das ist nur die Pinie. Ja, ich glaub, das ist für Glutnester geeignet. Ja, sag mal, jetzt bin ich dabei, jetzt will ich wissen, ob das Ding brennt oder nicht brennt, hier, von der Palme hier. Guckt euch das mal an, das brennt hier so gut wie gar nicht. Also, wisst ihr, wenn ihr mal Palmen habt, könnt ihr es vergessen. Aber wir sind hier am Strand und ich mach das jetzt wieder schnell aus. Und ich nervt das auch hier ins Meer rein.